Im weiteren Tor. Wann trifft der eigentlich mal nicht. Der steht irgendwie immer richtig. So, da haben wir es nochmal. Rückpass schon sehr risikoreich und Leno, das war überhaupt nicht notwendig, dass er da reinrutscht. Da muss er voll draufgehen und den durchziehen. Pass kam von Rüdiger hier. Rutscht aus und dann kein Problem für Morata. Es ist sein 13. Treffer im 12. U21 Länderspiel.